Im Küffhäuser-Gebirge steht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine gewaltige Barbarossa-Statue. Die Nationalsozialisten nennen ihren Überfall auf die Sowjetunion 1941 Fall- bzw. Unternehmen Barbarossa. Und noch im 21. Jahrhundert berufen sich extreme Rechte auf eben diesen Barbarossa. Friedrich I., genannt Barbarossa, war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und gilt bis heute als einer der ganz großen Helden der deutschen Geschichte. Auch deshalb wird er immer wieder politisch vereinnahmt. Aber warum eigentlich? Wer genau war Barbarossa und was hat er geleistet? Kleiner Spoiler, nicht so viel, wie man vielleicht denken mag. Mythos Barbarossa, los geht's. Friedrich I. ist wie gesagt von Mythen umrangt. Er gilt als derjenige, der das mittelalterliche Kaiserreich eint und Deutschland Frieden bringt. Und der die Macht des Kaisers ausbaut und dem Papst Paroli bietet. Wir gehen in dem Video in zwei Schritten vor. Erst schauen wir auf Barbarossas Leben und prüfen, welche dieser Mythen überhaupt stimmt. Und dann schauen wir, was die Nachwelt aus Barbarossa gemacht hat. Und warum genau? Um das Jahr 1122 herum kommt Friedrich auf die Welt. Er ist gleich mit zwei bedeutenden Adelsfamilien verwandt. Sein Vater ist ein Staufer und seine Mutter kommt aus dem Hause der Welfen. Diese beiden Häuser sind Rivalen im Kampf um die Macht im Heiligen Römischen Reich. Das umfasst das heutige Deutschland, die Beneluxstaaten, Österreich, Tschechien, Frankreich, die Schweiz und die Nordhälfte Italiens. Den Zusatz heilig erhält das Reich übrigens erst durch Friedrich. Dazu kommen wir aber gleich noch. Als Friedrich gut 30 Jahre alt ist, wählen die sieben bedeutendsten Fürsten des Reiches, die Kurfürsten, ihn zum neuen König. Wenige Jahre später krönt ihn der Papst dann auch zum Kaiser. Friedrich hat seine Königswahl professionell vorbereitet, indem er vor allem auch mit den Gegnern seines Hauses verhandelt hat. Er macht ihnen Zugeständnisse und bindet so seinen Cousin Heinrich, den Löwen, einen Welfen, an sich. Heinrich ist Herzog von Sachsen und bekommt auch die Macht über das Herzogtum Bayern. Er verfügt also über erhebliche wirtschaftliche und militärische Ressourcen. Die Familien Welfen und Staufer sind wie gesagt Rivalen, aber Heinrich und Friedrich werden Partner. Und halten 25 Jahre lang wie Pech und Schwefel zusammen. Und das nützt beiden. Friedrich ist auf starke Verbündete angewiesen. Er ist zwar Kaiser, kann aber nicht über alles allein verfügen. Wenn er zum Beispiel in den Krieg ziehen will, dann müssen die Mächtigen des Reiches wie Heinrich ihm die nötigen Krieger zur Verfügung stellen. Es gibt damals kein stehendes Heer und auch keine funktionierenden Verwaltungsstrukturen. Der Kaiser reist ständig herum und regiert sozusagen vom Pferd aus. Heinrich wiederum baut seine Herrschaft im Land gezielt aus. Auch auf Kosten anderer Fürsten und Bischöfe. Dadurch bringt er die anderen Mächtigen im Reich gegen sich auf. Praktisch, wenn man dann die Rückendeckung des Kaisers hat. Eine klassische Seilschaft also. Man kann auch sagen Win-Win für beide. Das Haus der Staufer verfügt über große Macht und viele Ressourcen. Aber Friedrich ist immer auf Ausgleich bedacht. Deshalb macht er den Landesherren und den Machthabern auf regionaler Ebene Zugeständnisse. Und damit vollendet er einen Prozess, der sich schon länger abgezeichnet hat. Die alten Stammesherzogtümer im Frankenreich werden immer weiter in verschiedene Territorien zerlegt. Am Ende steht der berühmte kleinstaatliche Flickenteppich. Viele hundert Herrschaftsbereiche des Heiligen Römischen Reiches. Habt ihr sicherlich schon mal auf einer Karte gesehen. Frieden herrscht im Reich allerdings nicht. Zumindest nicht in dem Sinn, wie wir heute Frieden verstehen. Es gibt ständig militärische bzw. gewaltsame Auseinandersetzungen. Aber Friedrich thront dank seines diplomatischen Geschicks unangefochten über allem und allen. Kommen wir zum nächsten Mythos. Friedrich baut die Macht des Kaiser Tums aus. Ja, das probiert er auf jeden Fall. Vor allem, indem er die oberitalienischen Städte und ihre wirtschaftlichen Ressourcen der direkten Kontrolle durch den Kaiser unterwirft. Auf gut Deutsch. Es geht ums Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Die italienischen Städte leisten erbitterten Widerstand, besonders Mailand. Barbarossa, wie Friedrich wegen seines auffallenden Roten Bartes in Italien genannt wird, geht nicht zimperlich vor. Die kaiserlichen Truppen vernichten die Ernten im Umland und zerstören Mailand 1162 nach einjähriger Belagerung. Mit dabei übrigens Heinrich der Löwe und dessen Soldaten. Aber Oberitalien bleibt mehr als zehn Jahre lang ein Krisenherd. Die Städte schließen sich zum Lombardenbund zusammen. Immer wieder unternimmt der Rot Bart Kriegszüge. In den 1170er Jahren erleidet er dann jedoch einen herben Rückschlag. Heinrich der Löwe, Friedrichs jahrelanger Verbündeter, verweigert ihm die Gefolgschaft und bleibt zu Hause. Das führt dazu, dass Friedrich gegen die Städte eine krachende, endgültige Niederlage einfährt. Der Kaiser muss sich mit den Städten arrangieren. Gemessen an seinen Zielen bleibt Friedrichs Italienpolitik damit eher glücklos. Das hat auch mit einem weiteren Konflikt zu tun. Der Auseinandersetzung mit dem Papst. Und die schwelt schon lange. Auch vor Friedrichs Zeit schon. Es geht um die Frage, wer mehr zu sagen hat. Der Papst oder der Kaiser. Wie Friedrich darüber denkt, ist klar. Sein Reich heißt ja Römisches Reich. Friedrich fügt dann noch ein Wort hinzu. Er herrscht nun über das Heilige Römische Reich. Er, der Kaiser, erhebt den Anspruch, unmittelbar von Gott eingesetzt zu sein. Dem Papst ebenbürtig. Der meint aber, der Kaiser stehe unter ihm. Im Jahr 1159 wird ein neuer Papst gewählt, der sich Alexander III. nennt. Kaiser Barbarossa ist mit der Wahl unzufrieden und unterstützt in den kommenden 20 Jahren insgesamt vier Gegenpäpste. Er verhängt die Reichsacht gegen Alexander. Der wiederum exkommuniziert den Kaiser. Zunächst gewinnt Friedrich die Oberhand. Ein Coup ist es, dass er bei der Zerstörung Mailands Gebeine in die Hand bekommt, die als Reliquien der Heiligen Drei Könige verehrt werden. Friedrich schenkt den Schatz dem Kölner Erzbischof. Die Überführung dieser wichtigen Reliquien von Italien nach Köln ist ein symbolischer Schlag gegen den Papst. Die Gebeine liegen übrigens bis heute im Kölner Dom. Kann man sich dort auch zumindest manchmal anschauen. Die Auseinandersetzung mit Papst Alexander geht viele Jahre weiter. Alexander tut sich mit dem oberitalienischen Städtebund zusammen. Die militärische Niederlage gegen die Städte zwingt Friedrich schließlich zu einem Ausgleich mit dem Papst. Auf dem Markusplatz in Venedig versöhnen sie sich. 1177 schließt man Frieden. In Italien kehrt immerhin Ruhe ein, auch wenn Friedrich die kaiserliche Macht nicht gemehrt hat. Und im Reich geht der Kaiser gegen seinen Vetter Heinrich vor, der ihm ja die Gefolgschaft verweigert hatte. Friedrich verbündet sich mit Heinrichs Gegnern, stürzt den Welfen und lässt dessen Herrschaftsbesitz zerlegen. Im Endeffekt schwächt er damit aber die Stellung des Kaisertums, auch wenn Friedrich nach wie vor sehr fest im Sattel sitzt. Aber wir denken ja hier langfristig, in historischen Zusammenhängen. Die weitere Regierungszeit in den 1180er Jahren Friedrichs verläuft relativ friedlich. Je länger ein mittelalterlicher Herrscher im Amt ist und je älter er wird, umso mehr Autorität besitzt er. Obwohl er schon recht alt ist, entschließt sich der Kaiser beim Kreuzzug mitzumachen. Papst Gregor ruft ihn aus, als Sultan Saladin, Jerusalem und Palästina erobert. Im Frühjahr 1189 bricht Barbarossa mit einem Heer auf. Aber er wird nie in Jerusalem ankommen. Am 10. Juni 1190 ertrinkt er im kleinen asiatischen Fluss Salev in der heutigen Türkei. Die Umstände sind bis heute nicht ganz klar. Vermutlich war es ein Unfall. Ihr merkt, Friedrich ist kein unerfolgreicher und auch kein schlechter Kaiser, aber so überragend scheint er auch nicht zu sein. Woher kommt denn dann die besondere Verehrung, die er bis heute genießt? Wie wird er zu einer nationalen Leitfigur, zu einem deutschnationalen Posterboy? Naja, schauen wir uns mal das Küffhäuser-Denkmal an. Auf dem Küffhäuser erhebt sich ein 81 Meter hoher Turm, der Anfang der 1890er Jahre zur Ehre des deutschen Kaisers Wilhelm I. errichtet wird. Auf dem Sockel dieses Turms hockt der etwas grimmig dreinschauende Friedrich Barbarossa. Es gibt nämlich die Sage, dass der alte Kaiser in Wahrheit gar nicht gestorben ist, sondern mit seinem Hofstaat im Inneren des Berges schläft. Er wacht alle 100 Jahre auf, um zu checken, ob es an der Zeit ist, sich zu erheben. Ob es an der Zeit ist, Deutschland zu einen, ein neues, starkes Reich aufzubauen, das Weltgeltung besitzt, das Herrlichkeit verspricht. Dazu gibt es sogar ein Gedicht von Friedrich Rückert. Achtung, nicht erschrecken, ich zitiere mal daraus. Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich, im unterirdischen Schlosse hält er verzaubert sich. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Okay, kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser machen, aber besonders die Stelle wird einst wiederkommen. Die ist hier wichtig. Wie kommt man nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 eigentlich auf die Idee, einen uralten Kaiser aus der Mottenkiste zu holen, um sich auf ihn zu berufen? Naja, das Reich ist ja nicht von Anfang an ein Selbstläufer. In Süddeutschland haben viele Vorbehalte gegen die Übermacht Preußens. Für viele Menschen ist immer noch das eigene Land, also zum Beispiel Bayern, der eigentliche Bezugspunkt. Das neue Kaiserreich betrachten sie skeptisch. Also müssen Identifikationsangebote her, die die Menschen dazu bringen, das neue Reich nicht nur anzunehmen, sondern auch direkt zu unterstützen. Und einen Bezugspunkt stellt natürlich der Kaiser selbst dar. Und dessen Rolle wird nun mit einem nationalen Mythos verbunden. Wilhelm I. wird von der Propaganda dargestellt als derjenige, der das Reich endlich wieder vereint und zu altem Glanz führt. So wie das Friedrich I. 700 Jahre zuvor angeblich gemacht hat. Wilhelm bekommt sogar den Beinamen Barbar Blanca, also Weißbart, natürlich analog zu Barbarossa, Rotbart. Wilhelm ist in gewisser Weise der alte Stauferherrscher, der Jahrhunderte im Kiffhäuser geschlafen hat und jetzt wieder erwacht. Die Zeit ist reif für eine glorreiche Zukunft. Das ist die Aussage dahinter. Solche Verbindungen zu schlagen ist natürlich ein beliebtes Mittel, um Legitimität zu schaffen. Kaiser Friedrich weiß das damals übrigens auch. Er benutzt selbst einen Kaiser, der zum Mythos geworden ist. Friedrich I. lässt am 29. Dezember 1165 niemand anderen als Karl den Großen heilig sprechen. Mit Karl entstand einige hundert Jahre zuvor das Imperium Romanum von Neuem. Er verbreitete das Christentum und erneuerte die mystische Kaiserherrschaft. Und Friedrich zählt diesen Superhelden der gesamten Christenheit zu seinen Vorfahren. Mehr zu ihm erfahrt er hier oben auf dem I. Barbarossa spannt sogar noch einen größeren Bogen. Der Tag der Heiligsprechung Karls des Großen ist der Tag des heiligen Davids. David, der gegen Goliath kämpft und ihn besiegt hat. David, der von Gott zum König gemacht wurde. David, der ein Vorfahre von Jesus Christus ist. Und jetzt wird die Linie klar. David, Jesus, Karl, Friedrich. Das ist ein Statement. Schon die zeitgenössischen Historiker präsentieren Friedrich I. als Helden, als Krieger, als idealen Ritter. Der Kaiser kämpft stets in göttlichem Auftrag gegen seine teuflischen Gegner. Friedrich ist sozusagen der Gerichtsvollzieher Gottes. Und dieses Bild wirkt auch in der Nachwelt fort. Ihr habt ja schon gesehen, dass man sich Mythen zu eigen machen kann. Und auch der Mythos Barbarossa und damit Friedrich I. als historische Person wird leider, muss man sagen, noch zu ganz anderem missbraucht. Im Sommer 1941 überfällt Adolf Hitler die Sowjetunion und damit beginnt ein grausamer Vernichtungskrieg. Der Deckname für diesen Angriffskrieg lautet Unternehmen Barbarossa. Hitler sieht in Barbarossa einen Kaiser, der angeblich besonders die germanische Kultur betont haben soll. Was Blödsinn ist. Und die Nazis knüpfen natürlich an den Kreuzzügen an. Ein Kreuzzug gegen die Ungläubigen, gegen die angeblichen Untermenschen. Das soll der Krieg sein. Im 21. Jahrhundert dann ruft auch der Flügel der AfD zum Beispiel, den der Verfassungsschutz seit 2020 als rechtsextremistisch einstuft und er sich angeblich inzwischen aufgelöst hat, ein paar Mal zu seinem Kyffhäuser-Treffen auf. Dort wird vom Umbruch gesprochen und zum Widerstand aufgerufen. Eins ist in diesem Zusammenhang aber wichtig. Wenn wir von Vereinnahmung sprechen, will ich keinesfalls sagen, dass alle Besucher des Kyffhäuser oder jeder, der sich für Barbarossa und die Sage interessiert, gleich rechtsextrem ist. Das ist absoluter Quatsch und auch eine ungerechtfertigte Zuschreibung. Ich sage immer wieder, aus der Vergangenheit können wir so vieles für das Jetzt lernen. Aber wenn das mit blinder Heldenverehrung passiert, genauso wie absolute Verteufelung, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Dann muss es immer differenziert sehen. Das haben wir versucht in diesem Video hier zu machen. Wie seht ihr denn den Rotbart? Ist Barbarossa ein wichtiger Nationalmythos für euch? Oder völlig überhöht und aus der Zeit gefallen? Und wart ihr vielleicht selbst schon mal an am Kyffhäuser? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Danke dafür und neben mir findet ihr nochmal das Video zu Karl dem Großen und direkt darunter etwas zum Vernichtungskrieg der Wehrmacht, der nationalsozialistischen Wehrmacht, unten hier klicken. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.